dann wird sich noch um wochen handeln hier ist auch noch müll ich dachte wir haben alles lecker macht sagt wir haben weiter ist im briefkasten hallo bei mir ist jetzt kein schlackton und ich kriegte es war es war es war ein hänger ich habe nämlich den briefkasten nicht aufgekriegt es hat ein bisschen geleggit geleggit ja so wir gucken mal was hier noch drin ist noch mal ein bisschen mehr papier ein bisschen mehr papier das ist das was wollen wir deutsche sprache schwere sprache das ist so jetzt kommt das nächste jetzt müssen wir meine tasche ein bisschen mehr sortieren holz habe ich mal da faser habe ich da steckt ich muss auch nicht muss mal für meinen nacken muss ich mal so so ein kopf wie nennt sich das kopf schutz ja die ein haben die ein haben den pop schutz ja dann kopfschutz ja klar heißt nicht irgendwie nackenwurst oder so irgendwie so was in der richtung auf jeden fall aber warte ich mir in der nächsten zeit wo ich muss mir mal echt ein zettel machen was ich alles kaufen will ich brauche noch pass auf ich zähle einmal viele leute auf die noch nicht wissen ich brauche eine neue grafikkarte das ist als erstes auf der liste dann brauche ich eine neue kamera ja eine die eine viel viel bessere qualität liefert und dann brauche ich noch einen neuen schreibtisch zu einen richtigen gamer stuhl weil meine lene am schreibtischstuhl ab weggefallen ist und ich kann ich jetzt keine lene mehr haben ach so und was noch ganz neu auf meiner liste ist ich brauche eine neue maus die ist ja auch weg die ist ja kaputt egal das ist halt wenn man da weiß ich nicht sagen wir mal du verbringst den heim über die hälfte des tages am rechner dann ja verbraucht sich auch mal ein bisschen was richtig alleine für das wort weil er immer was eingefallen ist ja und er neu auf der youtube-branche ist auf jeden fall meinen däumchen da lassen er und sein holz ich und mein holz denk an die gamer ich und mein holz ich und mein holz weiter geht's hier so ein bungeesprung nach unten durch die durch den eingang durch nee wir haben nicht mehr so viele beinschienen auf dem bungee jumping das mit dem ständigen pause machen ich muss mir mehr auf rennen level das ist ja richtig ätzend ich guck mal kurz haben wir mal eigentlich hier schon wieder ein zombie wo kommen die eigentlich schon wieder alle her ich bringe sie alle mit kein ding wie viel steine habe ich noch ich habe schon 6.000 stein von der von der links unten von der mine sehr schön hat mir erwischt man hat schwarz auch geil hoffentlich stirbt sie bisher erste acht mal tot gewesen m geht doch noch kurz 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 strecken und ich soll weiter jetzt dieser junge der macht ein fertig Prozent wir sind direkt recht wer wie was reicht die tablette es geht trotzdem weiter wir haben keine wir haben keine pillen mehr wo meine karte ich sterbe trotzdem ich sterbe wirklich die machen gerade alles kaputt was soll ich denn machen ich kann nicht rennen ich bin durch außerdem habe ich keine pfeile mehr hat sich momentan für mich erledigt ich bin tot jo jo ein mal noch und er muss einen ausgeben zehn mal zehn mal zehn vor das muss einen ausgeben aber alle deiner zuschauer muss einen ausgeben oh oh das wird ein ganz teures Spiel so so ich lauf mal weiter auch man immer dieses getrödele das ist echt der hammer hey wo sind jetzt die zombies sind weiß ich doch nicht hey die sind abjauern ne meistens ist das wenn man stirbt dann sind die weg dann werden die weg gespawnt das heißt aber nicht dass du jetzt öfter sterben musst hohoho die sind abjauern sei doch froh haben sie wenigstens schaden hinterlassen so und jetzt erstmal ab wieder nach hause auf dem weg in die weiten weiten des universums und es wird wieder nichts es dauert wieder wochen und stunden ich weiß zwar nicht wofür dieser knopf hier ist aber ich drück da einfach mal auf der kamera drauf so hat sich nichts getan sie nimmt weiter auf läuft läuft äh was denn was nimmt weiter auf die kamera nimmt weiter auf ich hab nur was geht wo bei dir nicht warte mal ich guck mal bei mir bei mir gehts ja bei dir gehts aber Problem ist ich hab auch kein licht an äh ich auch nicht ja aber die kamera die spacken ein bisschen rum im dunkeln lässt es gut munkeln ne ich hab licht einen hintergrund an aber ich hab nichts an aber ist ja auch nicht meine eigene kamera die habe ich damals von den kollegen bekommen aber trotzdem brauche ich eine neue weil er hat sich dafür ja diese fette neue da geholt von was ist das microsoft ne was ist das für eine Logitech Logitech genau Logitech Logitech Leute verzeiht mir das mal in dieser Folge mit diesem komischen Scharfstellen der Kamera auf jeden Fall ist die nicht ganz behindert äh normal die ist nicht ganz behindert die ist nicht ganz behindert ja ja die ist nicht ganz behindert die Tamara so wir haben es wieder geschafft wir sind wieder zu hause und jetzt mach ich erstmal ein paar Pfeile so federn wo haben wir denn wieder federn weißt du was ich gerade vorhessen hab vorhin anzumachen was jeden lüfter ja läuft bei dir richtig ich hab's ich hab's gerade wieder 27 grad oh ich hab die ich hab die richtige person am stessel wieso nur so nur so nur so hä zerlegen der kriegt wieder nix gebacken oh Alter wir haben schon 3400 Münzen ja läuft so was hatten wir jetzt noch eingeschmolzen ja das können wir auch erstmal hier rein tun mhm ist schon irgendwas bei uns im Schmelzofen drin zum einschmelz jo jo den sollten wir vielleicht mal wieder anschmeißen was ist denn jetzt da drin Ivan ich lass ihn mal ein bisschen laufen ne aber der muss mal wieder ein bisschen hier haben wir noch künstliches Geld ah übrigens Leute ich nehm jetzt nur die Bäume hier weg weil die verraten uns die verraten uns die verraten uns die Bäume diese scheiß Bäume immer so dann haben wir noch ein bisschen Stein hab ich ja auch noch gesammelt wo hatten wir jetzt hier noch nirgendwo Stein drin ne oh oh ich glaub wir setzen uns auch mal hin und wir werden mal die Küche abreißen und neue Kisten bauen und allem drum und dran so Jutu genau was ich suche ne wir haben noch was suchst du? willst du mir erzählen dass wir keine Federn mehr haben? äh wo bist du? im Haus ach doch da wo bist du? im Haus ja ich guck mal ich seh dich nicht jaja hahaha wo bist du? du bist ein Geist unsichtbar so Leute ich werd mich mal ganz kurz nochmal neu anmelden dann könnt ihr auch mal direkt den Server sehen hier das ist unser Server PvE PvP Deutscher Game TV Und dann einfach draufdrücken Ohne Passwort, ohne Komma Alles reinbumsen und dann geht's los So Mal gucken, ob du mich gleich siehst Ist irgendwie ein bisschen bescheuert schon wieder Ich muss echt meine Softbox wieder aufbauen Das werde ich auch die Tage machen Sonst stellt sich die Kamera nicht mehr so doof Das ist ja bescheuert, das Ding So Komm Komm Jetzt lädt er hier ewig Oh, jetzt bin ich auch mal rennig Ah, zu früh angemacht So So Ey Mach dich nicht lustig über mich Jetzt geht's los hier Ich doch nicht Würde ich niemals machen 250 Pfeile Wir brauchen Das hat sich dann erledigt mit dem Holz, glaube ich Oh, jetzt darfst du auch laufen Laufen, laufen, laufen So, ich habe dann schon mal auch kein Holz mehr Das hat sich dann erledigt mit dem Holz Ja, ich habe dann auch noch kein Holz mehr Das hat sich dann erledigt mit dem Holz